Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich habe einen spannenden Artikel bei Welt gefunden, das ist heute überall durch die Nachrichten gegangen und den wollte ich hier einfach mal mit euch besprechen und da ein bisschen genauer hinschauen. Und zwar geht es um einen Physiker, der einen Vortrag bei dem CERN gehalten hat. Das CERN ist die Europäische Organisation für Kernforschung in Genf und dieser Gastforscher aus Italien, der hat einen Vortrag über die angebliche Untauglichkeit von Frauen in der Physik gehalten. Ja, dieser Physiker namens Alessandro Stromi, der ist von der Universität in Pisa und er hat bei einem Vortrag gesagt, dass die Physik von Männern erfunden und aufgebaut worden sei und unqualifizierte Frauen würden heute aus politischen Gründen Posten in Naturwissenschaften einfordern. Das hat natürlich, so steht es hier im Artikel, große Empörung ausgelöst. Der CERN hat direkt auch gleich die Zusammenarbeit mit diesem Wissenschaftler vorerst ausgesetzt und aus seinen Vortragsmaterialien sind von der Website heruntergenommen worden. Ja, weiter soll er noch gesagt haben, dass Physik nicht sexistisch gegenüber Frauen ist, Frauen aber Gender Studies belegen würden und dann aber über einen niedrigen Frauenanteil in Naturwissenschaften sich beschweren würden. Man werde nicht durch eine Einladung zum Physiker. Nach seiner Ansicht leiden Männer viel mehr als Frauen unter Diskriminierung in der Physik und er prangert an, dass das hier eine politische Schlacht sei. Dazu hat er all seine Thesen mit vielen Diagrammen, Tabellen und Grafiken untermauert und seine Präsentationen im Anschluss auch ins Internet gestellt. Bei dieser Konferenz waren einige Frauen anwesend, die sich dann auch verehrt gefühlt haben und dann mit Sexismusvorwürfen in den sozialen Netzwerken kamen. Dann steht ja noch im Artikel, dass der Frauenanteil bei den CERN-Mitarbeitern bei weniger als 20 Prozent liegt, aber seit 2006 eine Frau dieses Institut leitet. Und um hier all seine guten Thesen zu entwerten, steht ja dann noch, dass am Dienstag sogar Donna Strickland zum dritten Mal als eine Frau den Nobelpreis für Physik erhalten hat. Ja, jetzt werden bei so einem Artikel wohl die meisten sagen, okay, das ist wieder irgendwie so ein Chauvinist, der da frauenverachtende Sachen von sich gegeben hat. Der ist ja zu Recht suspendiert worden. Im Weltartikel heißt es ja auch oben Eklat im CERN. Aber wir wollen uns einfach mal genauer anschauen, was der denn da gesagt hat und wie er seine Aussagen begründet hat. Also ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen mit Feminismus, mit dem Thema beschäftigt hat, kann so ein bisschen auch schon hier rauslesen, dass der Mann, ja, dass man denen auf jeden Fall mal genauer zuhören sollte, dass man sich mal anschauen sollte, was er für Gründe da vorgebracht hat. Oder vor allem auch jeder, der sich mit dem Mainstream-Medien auseinandersetzt und weiß, inwieweit da halt einfach auch Stimmung gemacht wird und einfach Sachen wild rausgehauen werden, aus dem Kontext gerissen werden und halt einfach, ja, wenn man sich nicht genau die Quelle anschaut, wenn man nicht genau schaut, was hat er gesagt, in welchem Zusammenhang, dann ist es natürlich leicht, jemanden misszuverstehen und so darzustellen, wie er von den Medien dargestellt werden soll, wie es halt gerade in deren Sicht der Dinge passt. Ja, wollen wir uns einfach mal hier seinen Vortrag, der bedingt hier schon, dass der ausstellt, okay, the M and F Symmetry, das heißt die männliche und weibliche Symmetrie und dann hat er jetzt zwei Theorien, einmal die blaue, das ist die konservative und dann die M ist die vom Mainstream und die Symmetrie von Männern und Frauen ist nach der konservativen Theorie explizit gebrochen, das heißt, es ist keine Symmetrie, Männer und Frauen sind ungleich und nach der Mainstream-Theorie ist diese Symmetrie spontaneously broken, das heißt nur ab und zu unterbrochen. Männer und Frauen sind gleich und wenn sie gebrochen ist, diese Ungleichheit, dann hat es immer mit Diskriminierung. So, hier ist die Mainstream-Theorie, hier hat er viele Sachen herausgeschrieben, viele Zitate und wenn man hier dann mal drauf geht auf diese Sätze, dann kommt man zu den entsprechenden Artikeln. So, hier steht, All women share the same kinds of sad and unfair experiences in the beginning of their science career. Also, hier hat er ein Zitat genommen, wo gesagt wird, dass alle Frauen die gleichen traurigen und unfährigen Erfahrungen seit dem Beginn ihrer wissenschaftlichen Karriere machen. Es geht da halt immer um Mansplaining, Gaslightning, Gaslightning, konnte ich gar nicht herausfinden, was das ist. Wer da mehr weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. White male, hetero privilege, sexual harassment at epidemic levels and microaggressions. Das heißt, Mansplaining ist halt, das ist so ein feministischer Begriff, dass Männer sich für toller und schlauer fühlen und den Frauen das erklären wollen. Es gibt ja auch so viele Memes oder YouTuberinnen, die dann sagen, okay, kannst du mir das vielleicht nochmal erklären? Kannst du mich gerne mal Mansplaining? Das ist halt immer so dieser Ausdruck dafür, dass Männer oft einfach nur sich hilfsbereit zeigen wollen, anderen Menschen und Männern, anderen Männern, anderen Frauen es einfach nur erklären wollen. Und das kann natürlich, das wird vom Feministinnen dann gerne einfach mal ausgelegt, Er will ja aus seiner white male hetero privilege, also aus seiner weißen, männlichen, privilegierten Position will er mir die Welt erklären. So von oben herab halt einfach das böse Patriarchat, was die Frauen unterdrückt und denen erklärt, wie die Welt funktioniert. Und dann sollen Frauen angeblich sexuelle Belästigung auf einem epidemieartigen Level erleben und auch Microaggressions. Also Microaggressions, wie soll man das beschreiben? Microaggressions, das hört man eigentlich immer nur in den USA, wo es dann umgeht, so von wegen, du lächelst nur mal irgendwann mal rüber oder machst dir ein Kompliment, dann kann es schon immer, machst einer Frau ein Kompliment, dann kann es schon so ausgelegt werden, so, du hast jetzt hier jemanden beleidigt, du wolltest jemanden bewusst deine männliche Überlegenheit, deine white male privilege ausspielen und da kann halt eigentlich alles, kann unterdrückend, alles ist sex, also alles ist unterdrückend, alles ist sexistisch, alles ist Microaggressions. Insofern so in der Welt dieser Linken, die finden halt einfach neue Sachen immer, wo es darum geht, das einfach aufzubauschen, zu politisieren, zu politisieren und dann da Gesetze zu machen. Ich will jetzt einfach mal nicht auf alle, alles eingehen, was hier ausführt, auf jeden Fall, zitiert er da noch ganz schön hier, ich habe einen Traum, dass Exzellenz in Wissenschaft nicht mehr davon beeinflusst wird, von Gender Stereotypes, das heißt also von typischen Geschlechterrollen und von Diskriminierung. Positive Diskriminierung und Gender Mainstreaming ist das, was diese Menschen, die sowas von sich geben, sehen wollen. Das heißt einfach, Gender Mainstreaming, Männer und Frauen können sein, was sie wollen, können Geschlechter wählen, Rollen wählen, was sie wollen, Männer und Frauen sind gleich, ist alles nur ein gesellschaftliches Konstrukt und um das zu erreichen, können wir positiv diskriminieren, das heißt wir machen Regelungen für Frauen, damit wir passen durch Gesetze und Regulierung die Welt so an, damit sie so ist, wie sie uns gefällt. Wir wollen halt einfach Programme für Frauen und diese Programme sollten in Gerichten für Unterdrückung, für Diskriminierung durchgesetzt werden. So, die konservative Theorie, da sagt er halt, Physik ist eine Community of Interest, das ist halt eine Interessengemeinschaft, wo es darum geht, die Natur zu verstehen und Physik richtet sich nicht nach Nationen, Rasse oder Geschlecht. Physik ist offen für alle guten Leute von jedem Background. So, dann hat er hier Predictions nach der Mainstream-Theorie Wissenschaft, besonders Physik, ist not only sexist, but also racist. Physik ist nicht nur sexistisch, sondern auch rassistisch. Das, weil Frauen diskriminiert werden, was Zitate angeht, was Konferenzen angeht und was auch das Einstellen angeht. Wir müssen mehr Geschlechtergerechtigkeit für Frauen herstellen im STEM-Bereich. Also STEM ist Science, Technics, Engineering and Math, also grundsätzlich Wissenschaft, Technik, Ingenieurswissenschaften und Mathematik. Die konservative Theorie sagt, einige Gruppen sind überrepräsentiert, weil sie auch überperformen. dass die Interessen und die Befugnis sind nicht einheitlich verteilt. So, dann sagt er hier, okay, wir wollen uns mal die Daten anschauen, wir wollen halt einfach mal ein bisschen wissenschaftlich da rangehen und schauen, was sagen die Daten, haben welche Theorie hat Recht. Dann sagt er halt, Les Women in STEM, dann in Humanities, das heißt, wir haben weniger Frauen in diesen STEM-Wissenschaften als in Humanities, das heißt Humanities, einfach so Bereiche, wo es halt um Menschlichkeit geht. So, ich hatte halt auch einfach Education, Psychologie, da haben wir sehr hohen Frauenanteil, also bei mir, ich habe ja auch Lehramt studiert, da waren bei den Grundschullehramten, da waren wirklich 99 Prozent Frauen, ich habe Berufsschullehramt studiert, da waren 90 Prozent Frauen und so geht es weiter, auch hier Law, Business, Law ist das einigermaßen ausgeglichen, Medizin, mehr Frauen lassen nicht, Business sind mehr Männer als Frauen, dann STEM haben wir deutlich mehr Männer als Frauen und dann, wo sich keine Feministin darüber aufregt, ist, dass wir ganz wenig Frauen im Baubereich haben oder was die Feuerwehren angeht, was die Holzfälle angeht, was die Lkw-Fahrer oder das Mining, also das heißt, die Bienenarbeiter angeht. So, was er hier für Grafiken hat, also ganz ehrlich, das ist mir alles ein bisschen zu wissenschaftlich, dass ich mich mit solchen Sachen beschäftigen musste, im Studium ist schon ein bisschen länger her, ja und jetzt hat er hier alle möglichen Grafiken aufgestellt, ganz ehrlich, verstehe ich die alle nicht so ganz, ich bin kein Physiker oder Mathematiker, insofern, schaut euch das gerne an, vielleicht versteht ihr da mehr als ich. das Gleiche auch mit diesen Grafiken, hier hat er Gender Equality Index aufgestellt, hier auch wieder tolle Formeln aufgestellt, tolle Grafiken, ja auf jeden Fall hat er, nachdem er sich die Daten hier genau angeschaut hat, nicht festgestellt, dass es irgendwelche schlechter Präferenzen bei den Zitierungen gibt, weder in irgendeiner Kategorie noch zu irgendwelcher Zeit. Auf jeden Fall kommen jetzt hier noch viele weitere Seiten, wo er Daten sammelt, wo er Formeln ausstellt, wo er Grafiken erstellt hat, ja man muss wahrscheinlich auch Physiker sein, um es genau zu verstehen oder zumindest irgendwie Wissenschaftler, ich bin es nicht, insofern, wer da Interesse hat, sich das genau anzuschauen, der schaut gerne unten in die Videobeschreibung rein, da könnt ihr euch den ganzen Vortrag nochmal selbstgenau anschauen. So, auf dieser Seite steht jetzt dieser Satz, den auch die Welt zitiert hat, dass Physik bei Männern erfunden worden ist und die Wissenschaft durch Männer erschaffen worden ist und das nicht durch Einladung. Das heißt einfach, Männer haben es einfach gemacht, anstatt darauf zu warten, dass irgendein Staat kommt und sagt, okay, wir müssen per Quote irgendwie jemand da reinkriegen, Frauen da reinkriegen und so weiter. es wurde einfach erfunden von Männern und es steht auch allen Frauen frei, daran teilzunehmen. Hier führt auch das Beispiel von Curie auf. Curie hat gezeigt, was sie kann und war dann von der wissenschaftlichen Szene auch gut anerkannt, hat dafür einen Nobelpreis bekommen. Also ich kenne Curie jetzt selbst nicht, aber so zwischen den Zeilen sieht man, dass er diese Frau wahrscheinlich ganz gut schätzt. Letztendlich, was er hier diskriminiert, ist das, was Sozialisten halt immer machen. Die schauen sich einen Zustand an und sagen immer, okay, dadurch, dass Frauen in bestimmten Situationen oder in bestimmten Positionen nicht genauso oft vorkommen wie Männer oder dass sie angeblich weniger verdienen, da gibt es ja immer diesen Gender-Pay-Gap, das hat dann damit zu tun, dass sie diskriminiert werden, dass Sexismus vorherrscht, dass sie unterdrückt werden vom Patriarchat und wir müssen da irgendwie eingreifen durch den Staat, durch Quoten, durch Förderung, indem wir Männer es schwerer machen und dadurch versuchen, dann Gleichheit herzustellen. Und ich meine, Gleichheit, wird es jemals perfekte Gleichheit geben? Ich denke nicht, Männer und Frauen haben überall die gleichen Chancen heute. Jede Frau kann Physik studieren, sich deine Arbeitswelt beweisen. Genauso jede Frau kann auch im Aufsichtsrat, im Vorstand, bei ihren großen Aktiengesellschaften sich beweisen. Nur Männer und Frauen sind einfach unterschiedlich. Sie haben andere Prioritäten. Das ist einfach so. Wir schauen aber mal, was unser Physiker hier nochmal dazu weitersagt. Die Welt hat ja auch angeführt, dass er meint, dass Männer vielmehr diskriminiert werden. Er hat ja mehrere Sachen angeführt. An der Oxford Universität wird die Examenzeit für Frauen erweitert. Das heißt, Frauen haben mehr Zeit für das Examen als Männer. In Italien ist es so, dass die Universitäten umsonst oder günstiger sind für Frauen, die STEM studieren wollen. Und wir haben Sponsorships, also Scholarships, das sind sozusagen Stipendien nur für Frauen. Bei der Universität in Melbourne haben wir, dass STEM-Positionen nur von Frauen besetzt werden dürfen. Dann haben wir sehr oft, schreibt ihr hier, dass die Verwaltung 50 Prozent Verteilung haben wollen. Das heißt, den gleichen Anteil von Männern und Frauen, unabhängig von dem, wie gut oder wie schlecht die sind. So, dann schreibt ihr hier, dass wir mit einem Faktor von zwei zu eins die Universitäten oder beziehungsweise die Lehranstalten in den USA Frauen gegenüber Männern bevorzugen, was die Verbeamtung angeht. Also Tenure Track, also das ist, in den USA gibt es auch Beamtenverhältnisse, wenn ich das richtig verstehe. Aber wenn ihr da mehr wissen wollt, klickt einfach in diesem Dokument, in diesem Vortrag auf den Text hier und ihr werdet zu dem entsprechenden Artikel geleitet. Dann zitiert er hier die UN-Konventionen, die doch bis heute gültig sind. Da steht drin, dass nur erwachsene, leistungsfähige Männer können eingerufen werden für zwangs- oder verpflichtende Arbeit. Ja, offenbar hat der Mann auch gut Humor, hat da viele lustige Bilder und Means mit eingebaut, ganz nach meinem Geschmack. Ich hatte darüber geschrieben, dass diese Quoten nur für die besten Jobs gelten, dass natürlich keine Gleichheit ist. Man hat ja ein Meme, ein Bild dargestellt mit einem leeren Hörsaal, was dann die erste Veranstaltung ist bei Baustellen und Gender Equality. Da geht natürlich keiner hin. Welche Frau wird sich schon dafür einsetzen, und das auch auf Baustellen Geschlechtergerechtigkeit herrscht. Also insofern, ihr schreibt auch nochmal drunter, Männer machen die schlimmsten Jobs und machen 95 Prozent der Arbeitsunfälle aus. Also insofern ist halt immer so dieses Cherrypicking, so von wegen, da beschweren wir uns bei den guten Jobs, aber die schlechten Jobs und dass Männer in vielen anderen Bereichen diskriminiert werden, das interessiert uns nicht. Wir wollen unsere Ideen durchsetzen. Dann schreibt er hier Give a try to conservative theory. Das heißt, schaut euch einfach mal an, was die konservativen Theorien so sagen. Dann geht er hier auf die Forschung von einer Frau, von einer Neurobiologin darauf ein, die folgende Beobachtung bei Männern und Frauen gemacht haben, dass sie halt einfach unterschiedliche Interessen haben. Männer präferieren, mit Sachen zu arbeiten, Frauen präferieren, mit Menschen zu arbeiten. Geschlechterunterschiede sind auch gefunden worden bei speziellen Messungen wie oder speziellen Beobachtungen wie Ingenieurswissenschaften, Wissenschaften und Mathematik. Die Unterschiede, die lassen sich aber schon sehen bei Kindern, bevor irgendwelche sozialen Einflüsse stattgefunden haben. Die Differenzen, die Unterschiede sieht man auch bei Affen und egal, wie diese Genderpolitik, also diese positive Diskriminierung auch ausgeht, Frauen verändern sich trotzdem nicht. Ja, die Erklärung dafür, dass Männer und Frauen unterschiedliche Rollen einnehmen, die wurden hier von der Wissenschaft so erklärt, dass man vor der Geburt auch einen unterschiedlichen Level von Testosteron hat. So, hier hat er wieder eine lustige Meme eingefügt. Hier sehen wir zwei Buden, die hier stehen. Bei dem einen will jemand Werbung für STEM-Fields machen, also für Wissenschaften und der andere Stand, da geht es um Gender Studies. Sign up, also meldet euch hier an, so zu den STEM-Fields will keiner hingehen, alle gehen zu den Gender Studies hin, zu den Geschlechterwissenschaften oder zu den, ja, heißt auch in Deutschland Gender Studies und nachher, nachdem die ganzen Frauen Gender Studies studiert haben, sind sie dann soweit und demonstrieren und sagen, wir müssen mehr Frauen in STEM-Fields haben, Wissenschaften sind sexistisch, STEM ist der Boys Club, also STEM ist ein, ja, ist ein Männersverein oder ist ein, ja, jungen Verein und, ja, ihr kommt da wieder mit IQ Studies, da auch wieder ganz viel Mathematik, verstehe ich nicht so ganz, wer das hier mit IQ versteht, das ist wahrscheinlich die Bellkopf, die ihr anspricht, das spricht ja auch Stefan Morneu oft an, da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, ähm, wen es interessiert, hier wieder ein verlinkter Artikel, ja, auf dieser Folie führt ein paar Fälle an, wo Männer, die einfach Fakten angesprochen haben oder einfach, ja, mit anderen Sachen aufgefallen sind, wo man sagt, okay, das ist doch eigentlich nichts Schlimmes, die dann deswegen gefeuert worden sind, da war zum Beispiel ein Nobelpreisträger namens Tim Hunt, der auf einer Konferenz gesprochen hat, einfach nur einen Witz gemacht hat und dafür dann gefeuert worden ist, also Tim Hunt habe ich mir mal angeklickt, hier, das ist eigentlich auch ganz lustig, wieder genau nach meinem Geschmack, er hat gesagt, es ist schon merkwürdig, dass ein chauvinistisches Monster wie ich gefragt worden ist, auf einer Konferenz, auf einer wissenschaftlichen Konferenz zu Frauen zu sprechen, lasst mich davon erzählen, was ich mit den Frauen für ein Problem habe. Drei Sachen passieren, wenn sie im Labor sind, du verliebst dich in sie, sie verlieben sich in dich und wenn du sie kritisierst, dann fangen sie an zu weinen, vielleicht sollten wir deswegen unterschiedliche Labore für Männer und Frauen machen, aber wenn wir unterschiedliche Labore haben für Männer und Frauen, Männer wären da definitiv schlechter dran. Okay, nun ernsthaft, ich bin davon beeindruckt von den wirtschaftlichen Entwicklungen in Korea und Frauen und weibliche Wissenschaftler haben dazu ohne Zweifel eine wichtige Rolle gespielt. Die Wissenschaften brauchen Frauen und ihr solltet in die Wissenschaften gehen, auch wenn es da Hindernisse gibt. Also Gratulation an alle und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, wirklich, da ist nichts, was euch zurückhält, vor allem keine Monster, wie ich es bin. Hier steht da ein Laughing Clapper, das heißt, nach diesem Toast, den er da in Soul ausgesprochen hat, gab es viel Lachen, gab es viel Beifall, aber andere haben es nicht so gesehen und er wurde von seinem Job da gefeuert. Also ich fand es auch einen tollen Toast, muss ich sagen, hat mir gut gefallen, charmant, witzig, spielt mit Schere-Typen und ganz nach meinem Geschmack. Und er nennt hier den Fall James Demore, der bei Google gefeuert worden ist, als er die Google Papers veröffentlicht hat, das war eigentlich ein internes Memo, wo er so diese Hiring Laws, wo es halt auch viel nach Quotas geht, wo es nicht nach Befähigungen geht, sondern einfach, wir müssen Frauen einstellen, wir müssen Latinos einstellen, wir müssen Blacks einstellen und nachdem dieses Memo, was auch wirklich sehr, sehr sachlich war und ja, eigentlich auch viele Tipps gegeben hat, wie man das besser machen kann, wie man mehr Frauen dazu bewegen kann, bei Google anzufangen, in Wissenschaften, in IT reinzugehen, wurde da trotzdem gefeuert und lustigerweise, weil James Demore auch weiß, dass die Mainstream-Medien da eher Links sind, es gibt ja auch immer wieder Umfragen unter Journalisten, wie die denn so politisch ticken, in Deutschland sind sehr viele im Linkenlager zuzuordnen, sympathisieren mit SPD, die Linke mit den Grünen und das sieht man natürlich auch bei deren Artikeln, die natürlich sehr ja links orientiert sind und insofern hat James Demore auch damals zuerst Demore auch falls ihr euch nicht mit seinem Fall beschäftigt hat, könnt ihr es gerne machen, schaut euch die Interviews mit Stefan Moni und Jordan B. Peterson an. Dann Matt Tyler, das ist einer, der hat ein T-Shirt getragen, wo er so, wo haben wir es? Er hat ein T-Shirt getragen, wo er ja Frauen in sexy Posen drauf hatte, da hat er auch Probleme mit gekriegt und insofern hier hat er auch ein schönes Meme wieder bei der Demonstration für Wissenschaft in New York ja auch bei diesem March, er hält ein Poster hoch, wo drauf steht, hasse mich nicht, weil ich faktenbasiert bin. So, dann fragt er, was ist denn hinter diesen ganzen Theorien? Mainstream-Theorie ist Marxismus Kultur-Marxismus. Ja, einige Politiker sympathisieren mit dem Opferstatus von Minorities, also von Minderheiten und jeder, der mit ihm nicht übereinstimmt, der wird halt irgendwie diskriminiert, gefeuert, wird öffentlich bloßgestellt, einfach an den Pranger gestellt. Ja, the goal of this, also das Ziel von diesem Kultur-Marxismus ist, wir wollen mehr Frauen in den wissenschaftlichen Bereichen haben und Indoktrination mit dieser Ideologie. Ja, also Kultur-Marxismus, Marxismus ist ja eigentlich damals immer auf der ökonomischen Ende gewesen, wo es immer darum geht, wir haben einmal die Bourgeoisie und die Kapitalisten, die Kapitalisten beuten die Bourgeoisie aus und ja, dann ging es natürlich immer um den Klassenkampf, die arbeitenden Klassen müssen die Kapitalisten ja sozusagen ja entmachten, das ist nach Marx eine ja eine geschichtliche Fortentwicklung und bei dem Kultur-Marxismus ist es halt einfach, das ist darum, da geht es nicht mehr um die ökonomische Ebene, da wurde halt alles auf die kulturelle Ebene gebracht, das sehen wir halt einfach, es geht halt immer darum, um Opfer, um Opfer darzustellen, also Opfer sind dann halt immer Minorities, also in diesem Fall halt Frauen sind die Unterdrückten, Transgender-Leute, Homosexuelle oder halt einfach auch Immigranten, Muslime und die Unterdrücker sind immer die bösen weißen Männer und ja, diese Ideologie sieht man überall, wenn man sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt, da gibt es auch tolle Dokumentationen bei YouTube zu, da geht es halt immer um Ideologie und wenn man sich ein bisschen mit dem Marxismus beschäftigt oder halt auch einfach mit Kulturmarxismus, es geht halt einfach darum, Sozialismus durch die Hintertür einzuführen, alle Werte, alle Moral zu zerstören, die Familie abzuschaffen, um einfach die Gesellschaft neu zu konstruieren und wie auch hier schon gerade in den Folien gesagt worden ist, also natürlich, es gibt natürliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen, da gehen viele Feminister und auch so weiter, die sagen, nein, es gibt keine biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, dazu schaut euch mal gerne dieses Video an. Are men taller than women on average? Does anyone take offense at that fact? Are you One, there's always a stand-on. So I would say you could be irritated by it, you could be irritated by the fact that women have to be the ones to gestate and lactate, you could be irritated by a lot of truths, but taking offense is a response that is rejection of reality. So men and women are different on height, they're different on muscle mass, they're different on where fat is deposited on our bodies, right? Our brains are also different. So there's some binaries. Security! This is what happens, oh, did they shut off the volume? Can you hear? Can everybody hear? That's not okay. Even the women in there have been brainwashed. It should not listen to fascism. It should not be tolerated in civil society. Nazis are not welcome in civil society. Das heißt also, jeder Unterschied zwischen Männer und Frauen ist auch einfach sexistisch, faschistisch, man wird damit in klassischen buzzwords beschimpft und an einen Pranger gestellt und dabei natürlich klar, Männer und Frauen ist unterschiedlich, Männer und Frauen sind unterschiedlich, Männer und Frauen sind nicht gleich und das ist auch gut so. Ich sage halt immer, Frauen und Männer geben eine Symbiose und dadurch, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, das ist halt immer wie so ein Magnet, wenn natürlich Männer und Frauen gleich sind, wäre halt auch keine Anziehung da und gerade dadurch, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind, und das ergibt gerade Anziehung, Ying und Yang Anziehung, so hat uns die Natur gemacht und das versuchen diese Sozialisten einfach zu leugnen und sagen, okay, es ist alles Gesellschaft, es ist alles indoktriniert, es ist alles vom bösen weißen Patriarchat einindoktriniert und wir müssen die Rollenverhältnisse aufweichen, Frauen können sein wie Männer, Männer können sein wie Frauen, du kannst jeden Tag dein Geschlecht neu auswählen, du kannst Genderfluid sein, wenn du als Mann geboren bist, kannst du als Frau erzogen werden und umgekehrt. Da gab es zum Beispiel beim Room Report, da gab es zum Beispiel eine Sexologin, eine, die die Sexualität erforscht hat und da halt auch diese Geschlechterrollen erforscht hat, die sagt auch, dass in 99% der Fällen das biologische Geschlecht mit dem gesellschaftlichen oder das gesellschaftliche Geschlecht mit dem biologischen übereinstimmt. Da gibt es ja halt dieses Gender und Sex im Englischen, das hat sich im Deutschen noch nicht so ganz durchgesetzt, aber es kommt auch immer mehr aus dem Angelsächsischen rüber und diese Wissenschaftlerin hat auch gesagt, dass sie oft erlebt, also sie ist mittlerweile keine Wissenschaftlerin mehr, weil sie selbst erlebt hat, dass das alles total politisiert ist mit mit den ganzen Gender Studies, mit den ganzen Wissenschaften und sobald man da einfach mal Fakten nennt, wird man halt einfach öffentlich an den Prange gestellt, man hat Antifa-Leute, die einem die Reifen zerstechen, die einem gegen einen demonstrieren, die dafür sorgen, dass man gekündigt wird und so weiter. Insofern also das ist einfach eine totalitäre Ideologie, wo es darum geht, die Gesellschaft komplett neu aufzubauen, komplett zu verändern und das meiner Meinung nach nicht zum Guten. Also letztendlich, man muss sich halt einfach auch mal anschauen, es ging halt immer bei den ganzen Sozialisten darum, den neuen, besseren Menschen zu erschaffen, das ist letztendlich jetzt gerade nichts anderes, was da passiert. Die Linken wollen halt einfach die Menschen verändern, wollen, was von der Natur vorgegeben ist, was Gott, wer auch immer Gott ist, also ich bin nicht besonders gottgläubig, aber es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, es wurde uns gegeben und die wollen halt einfach alles rekonstruieren, alles neu machen. Es sollte auch nicht groß verwundern, dass in allen Ländern, wo sozialistische Experimente durchgeführt worden sind, immer versucht wurde, neue Menschen heranzuziehen. Wir haben zum Beispiel in der Sowjetunion gesehen, wo es Gulags Umherziehungslager gab. Jeder, der nicht dem Bild der Sozialisten gesprochen hat, wurde verschleppt, wurde in Arbeitssahler gesteckt, wurde umherzogen oder auch bei Mao die große Kulturrevolution oder Paul Pott, wo alle Intellektuellen, alle, die alle nicht zur Linie der Partei gepasst haben, brutal ermordet worden sind. Ich war selbst in Kambodscha bei den Killingfields, habe ich das mal angeschaut. Damals habe ich diese Theorien dahinter nicht verstanden, aber wenn man sich mit der Geschichte des Sozialismus beschäftigt, sieht man immer wieder die gleiche Handschrift und diese Handschrift ist auch bei diesem Kulturmarxismus, bei diesem Feminismus, bei dem Klimawandel, bei diesem Gender Mainstream, bei diesem Transgender und bei allen Theorien ist es immer wieder zu sehen, Kulturmarxismus, es geht nur darum, die Gesellschaft zu strukturieren und in der Hoffnung, dass es diesmal klappt, aber die Menschen sind halt einfach so, die Natur hat uns so programmiert, die Natur kann man nicht verändern und alles andere ist, wie Roland Bader sagt, Gott spielen und es kann immer nur nach hinten losgehen. Ja, unser Physiker hat hier als Fazit gezogen, dass seine Data-Analysen mit dem konservativen Theorien übereinstimmt, dass es keine neuen Symmetrien in der Natur gibt, Männer und Frauen sind unterschiedlich, es macht keinen Sinn, es politisch irgendwie zu forcieren und Physik ist nicht sexistisch gegen Frauen. In diesem Thema interessiert die Wahrheit nicht, weil es einfach eine politische Schlacht ist, die von außen aufdrucktoniert wird und wer letztendlich diese Schlacht gewinnen wird, ist nicht klar. Und hier steht auch PS, money told me don't speak it's dangerous. Das heißt eigentlich genau das, was jetzt passiert ist, er hat diesen Vortrag gehalten, angeblich soll er tatsächlich auch ganz gut angekommen sein, wie ich in anderen Quellen gelesen habe, aber es gab einfach noch ein paar Snowflakes, wie man das so schon sagt, die dann das getwittert haben oder das gemeldet haben und er wurde jetzt suspendiert, das heißt eigentlich also diese Warnung halte dich da zurück, sag das nicht öffentlich, du kannst deinen Job verlieren, da hatte man mit dieser Warnung recht und da sieht man auch wieder Leute, die halt sich einfach an Fakten halten, die genau hinschauen, die genau hinschauen, die ihre Meinung sagen, haben es heute schwer und das ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr bedrückender Trend. Ja, ich finde, dieser Artikel hat wieder schön gezeigt, dass man bei den Mainstream-Medien immer genauer hinschauen muss, nicht immer alles glauben, einfach mal in die Quellen reingehen, sich die andere Seite anschauen und immer kritisch und aufmerksam bleiben. Ich möchte dieses Video mit einem schönen Zitat von William Golding abschließen, für viele Frauen oder für manche Frauen, die vor allem mehr aus dem linken Spektrum kommen, wird das einfach nochmal wahrscheinlich eine Reproduktion von klassischen Stereotypen sein, aber ich glaube, für Frauen, die noch einigermaßen normal sind, wird das sehr schön sein und vielleicht wird es euch genauso gefallen wie mir. Ich glaube, Frauen sind dumm so zu tun, als wären sie gleich wie Männer. Sie sind ihnen viel überlegener und waren es schon immer. Was immer du einer Frau gibst, sie macht es größer. Wenn du ihr Sperma gibst, wird sie dir ein Baby machen. Wenn du ihr ein Haus gibst, wird sie dir ein Zuhause machen. Wenn du ihr Lebensmittel gibst, wird sie dir eine Mahlzeit machen. Wenn du ihr ein Lächeln gibst, wird sie dir ihr Herz geben. Sie vermehrt und vergrößert alles, was dir gegeben wird. Also, wenn du ihr irgendeinen Mist gibst, sei bereit, eine Menge Shit zu erhalten. Also, das war es von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ich freue mich auch wieder über eure Kommentare. Die lese ich einmal gespannt durch. Wenn es geht, versuche ich auch darauf zu antworten. Ansonsten vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ihr habt zu den ganzen Feminismus-Thema, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich habe da eine kleine Playlist, wo ich ein paar Videos gesammelt habe, die ich schon dazu gemacht habe. Und ich denke mal, das ist ein Thema, wo ich mich viel beschäftigt habe mit den letzten Jahren und wo ich bestimmt auch noch so einige andere Videos zu machen werde. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao,